Hi, schön dass du da bist zum neuen Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Erich und wenn ich heute in diesem Spiel sterbe, endet einfach das Video. Und ich würde sagen, wir reden gar nicht lange und starten los in dieses Video. Man sieht ja gerade schon, dass ich in der Safe Zone bin und so, wenn ich nach hier draußen gehe, wird PvP einfach angemacht. Und dieses Video endet nicht nur, wenn ich sterbe, sondern ich werde auch von diesem Spiel gebannt für 24 Stunden. Und das ist ganz schön lang. Man sieht schon im Chat, so viele Leute wurden hier einfach gebannt, weil sie gestorben sind. Und ich würde sagen, ich schaue mal, ob ich hier heute ein paar Kills bekomme. Vielleicht so diesen Typen oder so. Und das könnte auf jeden Fall ziemlich schwierig werden. Hier kämpfen zum Beispiel gerade schon ein paar Leute. Und ich mische mich hier einfach mal ein. Und komm, ich gehe jetzt auf den Loop. Ich will mindestens eine Kirche bekommen. Komm, jetzt ist er, der, der. Ich habe ein Kirche bekommen. Ich habe einen Geburt, steht da. Komm, komm, komm. Der Heck, doch, der Heck, doch, der Heck, doch. Bra, 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 bra.